moin moin meine freunde schön dass ihr wieder dabei seid für eine weitere runde synapsen gulasch von und mit dem coolen graber heute beschäftigen wir uns mal etwas mit dem angekündigten landwirtschaft simulator 2019 was wird uns versprochen was können sie eventuell tatsächlich halten wir werden es sehen vor kurzem kam ja der der cinematic trailer von denen raus der sah natürlich recht schick aus vergessen darf man dabei aber nicht es handelt sich dabei tatsächlich um ein trailer der komplett am computer generiert wurde sprich er beinhaltet in keinster weise die letztendliche in-game grafik also giants hat er gesagt sie werden definitiv die bisher benutzte giants engine im bereich der grafik grundlegend überarbeiten ja man sagte zuerst es gibt eine komplett neue engine nein das ist definitiv nicht so sondern die bisherige wird einfach deutlich verbessert so bevor wir aber weiter träumen und hoffen auf das was dann kommt ende des jahres schauen wir uns doch mal den trailer an ein You made me weak, and you made me moan When you caused me to leave, child, my happy home But someday, baby, you ain't worry my life Juhu, also wenn das mal nicht gut aussieht und vielversprechend, dann weiß ich es auch nicht, aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist wirklich nur gerendert am Computer und beinhaltet keinerlei In-Game-Grafik. So, Farm Like Never Before wird uns versprochen, was können wir darunter verstehen? Es gibt einige Verbesserungen im Bereich der Grafik, so bekommen wir zum Beispiel einen dynamischen Himmel, Das heißt, wir werden am Himmel, an Form und Farben der Wolken erkennen können, kommt heute noch Regen, kommt kein Regen, können also selber so ein bisschen Wetterfrosch spielen Und da entsprechend uns überlegen, säen wir, säen wir nicht, grubbern wir, grubbern wir nicht, bringen wir Gülle aufs Feld, tun wir es nicht, etc. Des Weiteren ist es so, dass die Sonne zu einer dynamischen Lichtquelle wird und tatsächlich im Laufe des Tages, ebenso wie der Mond, der natürlich respektive in der Nacht, über den Himmel wandert. Also man kann im Groben sagen, schaust zum Himmel und wenn du das in Natur auch kannst, kannst du dann ungefähr die Uhrzeit bestimmen, an Form der Schatten zum Beispiel, denn auch die werden dadurch natürlich beeinflusst. Ja, ich meine, der Schatten um 12 ist deutlich kürzer wie der um 16 Uhr, das lernen wir schon in der Schule. Das Ganze soll jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden. Außerdem ist es so, dass die Wolken nun zu 3D-Objekten gemacht wurden oder verändert wurden, was die komplette Beleuchtung ein bisschen beeinflussen soll. Das heißt, wenn es bewölkt ist, ist es etwas dunkler, wenn es sonnig ist, scheint die Sonne ganz anders. Die verschiedenen Materialien wie Eisen, Glas, Stoff, etc. reflektieren jetzt auch realistischer. So wird es zumindest versprochen. Des Weiteren wird dann natürlich mit diversen Fachbegriffen um sich geworfen, wie Light Scattering, Dynamic Eye Adaption und so weiter. Im Großen und Ganzen können wir also festhalten, die versprochene Grafik soll fotorealistischer werden. Wie das Ganze aussehen soll, zumindest bei einem entsprechenden Setup und optimalen Einstellungen, sehen wir auf einem Screenshot, hier eingeblendet. Das soll sich hierbei tatsächlich um die Ingame-Grafik handeln. Also, man sieht natürlich die Sachen, die sie angekündigt haben, mit diesem, gerade dieses Lichtspiel, sieht man natürlich hier jetzt recht schön. Was wir hier aussehen auf dem Bild, ist der Fendt Ideal. Der Fendt Ideal ist einer der leistungsfähigsten Drescher der Welt. Hat eine Schneidwerksbreite zwischen 7,7 und 12,2 Meter. Ist also ein wirkliches Luxus-Ding. Der soll auf jeden Fall im Fuhrpark enthalten sein. Der Fuhrpark selber soll der größte sein, den sie jemals zur Verfügung gestellt haben bisher. Mal schauen, was sie da machen. Also, es sollen auch einige neue Marken dazukommen. Da dürfen wir uns auf jeden Fall noch überraschen lassen, was da so weiterhin kommt. Des Weiteren sollen gleich zu Beginn drei Karten verfügbar sein. Dabei handelt es sich um eine Karte aus Nordamerika, eine aus Europa und eine, die viele von euch schon kennen dürften, aus dem LS-17, die Estancia Labacho. Also, ja, die wird wohl komplett überarbeitet, auch vom Grafischen her einfach. Und wird dann mit einer der Startmaps hier im LS-19. Darüber hinaus sollen dazu kommen zwei neue Fruchtsorten. Welche das sind, da lassen sie uns noch im Unklaren. Vorstellbar wäre sowas wie Hafer, Roggen, Möhren. Da gibt es relativ viel Raum für Spekulationen zur Zeit. Wie gesagt, was Näheres wissen wir da aktuell noch nicht. Aber sobald wir es wissen, erfahrt ihr es natürlich von uns. Ja, wenn wir so an den Trailer zurückdenken, aufgefallen sein dürfte uns allen der Hund. Nun fragen sich natürlich alle, kriegen wir einen Hund tatsächlich als Begleiter? Ein Bauernhof-Hund quasi oder ein Hüte-Hund? Hat der irgendwelche Funktionen? Wird er Funktionen haben? Wir wissen es nicht. Ja, also auch da wieder viel Raum für Spekulationen. Giants will uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten ordentlich mit Informationen füttern. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was da so auf uns zukommt. Ja, nicht zu vergessen die Pferde. Also, gerade so, wenn ich auch an Averia denke, die wünscht sich ja schon lange die Pferde. Sie steht total drauf. Ja, sie werden kommen als Nutztiere. Natürlich die Frage, Nutztiere. Nutztiere kann wieder relativ viel heißen. Ja, wird es ein Ackergaul, den du tatsächlich vor so einem Flugschwanz und übers Feld treibst? Oder dient er rein als Fleischlieferant für meine Grillwurst am Abend? Dazu ein schönes, kühles Blondes. Ich weiß es nicht. Aber sicher ist, die Pferde kommen. Was dürfte noch interessant sein, es sollen neue landwirtschaftliche Aktivitäten geben. Die KI, also die Intelligenz der Helfer, soll deutlich gesteigert werden. Das ist auch nicht schwer, weil jede Erbse hat mehr Hirn aktuell wie die Helfer aktuell. Und was möglich sein soll, man soll den Charakter individuell anpassen können. Das heißt, andere Frisuren, andere Gesichtsformen etc. Also es soll einen Charakter-Editor geben. In welchem Umfang der sein wird, we don't know, we will see. Klar, Mods wird es weiterhin geben. Giants baut also weiterhin auch auf seine Community. Werden sie auch müssen, weil ohne die Community, seien wir mal ehrlich, werden sie nicht da, wo sie heute sind. Diese unzähligen Mods und Skripte, die da erstellt wurden von der Community, das ist einfach enorm. Das ist etwas, ohne das geht es nicht. Ohne das wäre der LS nicht das, was er heute ist. Und dementsprechend gewähren sie natürlich auch da weiterhin den Zugang, damit wir da später weiter versorgt werden können mit Mods, Maps und Ähnlichem. Ja, sie wollen auch das Missionssystem etwas überarbeiten. Das soll vor allem den Einstieg für Newcomer erleichtern. Die sollen dann noch einfacher an das ganze Thema Landwirtschaft herangeführt werden. Wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit, die ist dann noch nicht so lange her, gibt es da schon einige Themen, die da unbehandelt waren. Ich bin mal gespannt, ob die das denn tatsächlich besser machen. Wir werden es sehen. Wenn ich so überlege, der ein oder andere hat sicherlich einen eher schwachen PC. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze nachher auf die Hardware-Lastigkeit des Spiels spiegelt. Gerade eben auch diese verbesserte Grafik und das. Also ich denke mal, bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade eben LS zocken kann, bei dem wird es wirklich eng. Das ist jetzt aber wirklich bloß eine grobe Einschätzung. Ich habe keine wirklichen Zahlen mit Minimalanforderungen etc. Aber wenn man sich so die Grafik anschaut, ja, wir dürfen hoffen, dass auch Leute mit einem schwächeren PC weiterhin die Möglichkeit haben, die Grafik so weit zu drosseln, sag ich mal, dass das Spiel spielbar bleibt für sie. Ja, des Weiteren verbricht, äh, verbricht, ja genau, äh, Giants verspricht, äh, ja, ich mich auch, äh, also nochmal, Giants verspricht, ähm, eine aufregende Bekanntmachung, die wollen sie auf der E3 in Los Angeles bekannt geben. Die läuft ja bekanntlich vom 12. bis zum 14.6. nach 10, also kurz vor der Farmcon hier in Bayern, Deutschland. Wir sind gespannt, womit sie uns dann da an Informationen noch versorgen. Hoffen natürlich auch auf viele weitere Informationen im Zuge der, der Farmcon, die, äh, circa einen Monat später stattfinden wird. Ja, das waren so die Informationen, die ich bisher zu, dem LS19 auftreiben konnte im Internet. Ganz lustig noch ist eine Sache, überall heißt es noch, ähm, veröffentlichung, oder veröffentlicht wird das Ganze tatsächlich Ende 2018. Man vermutet Herbst, ja, das ist so gang und gäbe aktuell, wohl seit einigen Jahren, dass die Spiele im Herbst kommen. Ähm, da gibt es eine Seite, ähm, im Internet, ähm, und zwar die gameshop.at, also aus Österreich, die sagen, sie wissen schon, dass das Spiel am 5.10. rauskommt und für den PC 49,99 Euro kosten wird. Ich vermute mal, dass sie hier tatsächlich nur mit Platzhaltern gearbeitet haben. Ähm, dort soll das Ganze tatsächlich auch schon vorbestellbar sein. Ich glaube nicht, dass Giants tatsächlich so einen entsprechenden, äh, Preissprung macht. Ähm, ja, kann schon sein, dass sie die 35 Euro wie bisher nicht einhalten werden, sondern da vielleicht ein bisschen nachlegen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die den Preis mal eben um 15 Euro anheben. Das wäre unrealistisch. Wir lassen uns überraschen. Ja, sobald es neue Informationen gibt, findet ihr die natürlich auch hier wieder bei uns. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere Informationen mitnehmen können und freue mich dann schon aufs nächste Mal. Bis dato. Tschö mit Öl.